Ich weiß nicht, ob das gut ist, aber wir machen das mal. Ich weiß nicht, wie ich ihm helfen soll. Aber man helft ihm, weiß das wahrscheinlich. Oh! Da oben ist noch eine Kiste, die ich nicht gesehen habe. Wir müssen nochmal zurück, es tut mir leid. Obwohl, da komme ich... Ah, da komme ich gar nicht rauf. Okay, ich muss irgendwo einen Weg finden, wie ich da hochkomme. Okay, okay, okay. Irgendwie wird das gehen. Das werde ich herausfinden. Ich gehe jetzt erstmal hier hin. Ich gehe jetzt erstmal kurz zurück in die Stadt. Danach kommen wir wieder hier her. Ähm, da unten war ein Händler. So, erstmal du. Katharine, das Inventar mal leer machen. Kannst du den ganzen Müll hier mal rauswerfen. Den Müll, den ich habe auch mal weg. Sie hat schon was von ihren Tränken verbraucht. Sie macht das autonom, das finde ich gut. Was hast du denn da noch so drin? Was hast du denn da noch so drin? Magischer Ring. Minus 10 Mana. Drei davon, vier Schutzgürtel. Oh, ja, ja gut. Da finde ich wahrscheinlich selber noch bessere. Die Schuhe werden wahrscheinlich etwas besser. Plus physischer Widerstand und Basis-Ausweichwert und Gegenstandsverteidigung. Was heißt denn Gegenstandsverteidigung? Meine Gegenstände haben aber keine Haltbarkeit, ne? Ne, ich muss die nicht reparieren lassen. Das sieht schicker aus, das ist aber schlechter als das, was ich trage. Ist auch nicht gut. Nein, kommt nicht in Frage, was ist damit? Oh, oh, das ist zu teuer. Schäfer. Aufweis, 1600. Geforderliche Stufe 6. Könnte ich doch tragen. Wieso darf ich den da nicht kaufen? Verteidigung, 21. Okay, die kann ich mir nicht leisten, aber 1600 könnte ich mir doch leisten. Wieso kann ich die da nicht kaufen? Die sind nicht spezifiziert für eine andere Klasse, aber... Die hier sind auch ausgegraut. Gut, die kann ich mir vom Preis her einfach nicht leisten, aber was mit dem Gürtel jetzt ist, das weiß ich auch nicht. Ach, 4... Entschuldigung, 4600. Hoppla. Ich hab gedacht, das ist nur 1. Ich kann das voll schlecht lesen. Okay. Gut, wir haben erstmal... Was wir brauchen. Da oben blinkt das Questzeichen. Na gut. Heißt das einfach nur, das ist außerhalb? Ja, das heißt einfach nur, das ist außerhalb. Ich laufe jetzt nicht den ganzen Weg nochmal, deshalb... Komm mal her. Wird das Portal? Ups. Äh, komm her. Krächzenderwald. Wir gehen da hin. Ich sollte ja nochmal nach hier unten gehen. Und mit ihm reden. Yay. Was heißt denn das hier? Fähigkeitenpunkte zurücksetzen. Oh, wenn ich mich verskillt habe, kann ich mich hier zurücksetzen lassen. Das ist nett. Was machst du jetzt? Gegenstand verzaubern. Ich kann deine Enemies into Frogs. Just ask me. Nicely. Verzaubern. Was kann ich denn verzaubern lassen? Ich guck nur mal, was passiert. Wenn ich dich da rein... Ups, wenn ich dich hier reinziehe. Was ist das? Verzaubern kostet. Und wendet einen zufälligen Zauber auf den ausgewählten Gegenstand an. Ah, das kostet mir momentan noch ein bisschen zu viel, muss ich sagen. Aber das... Ups, das ist ganz spannend. Das sollte ich mal vielleicht bei Gelegenheit, wenn ich ein bisschen mehr Geld habe, ausprobieren. Und ich will unbedingt... ...einen Weg hier rauf finden. Ich war... Da hinten will ich einen Weg rauf finden, eigentlich. Weil da oben ja immer noch... ...die Struhe ist, die ich nicht habe. Ach, ich habe den Geist immer noch im Schlepptor. Ich habe mich gerade schon gewundert, was... ...namenlos ist. Du hast meinen Namen genommen. Warte, dieses Kreatur fühlt sich stark. Ich habe euren Namen nicht geraubt. Ich weiß nicht mal, was das ist. Ich glaube, jede Antwort ist hier falsch. Ich glaube, wir haben gleich einen Boss an den Hacken. Ich habe deinen Namen genommen. Du hast... Ich will dir nichts Böses. Ich will dir nichts Böses. Ups. Hoppla, ich habe nicht aufgepasst. Ups, da sollte ich raus. Und mich mal heilen. So, du auch. Okay, okay, okay. Das war nicht so schlimm wie befürchtet, irgendwie. Da habe ich irgendwie jetzt mit etwas Schlimmerem gerechnet. Ich würde gerne immer noch hier rauf, irgendwie. Ich möchte diese Truhe da... Ich kann leider nicht vorbeigehen an sowas. Und suche mir jetzt hier ganz verbittert einen Weg nach oben. Irgendwo wird es ja wohl hier hochgehen. Da ist noch eine Truhe. Ich will da hoch. So. Da, haha. Gib mir. Diese Truhe. Und die andere auch gleich. Okay, das ist wieder nur eine Entlade. Das ist wahrscheinlich dieses Rückenteil, was ich da habe. Das ist noch eine Truhe. Wieso habe ich das vorhin alles übersehen? Okay, irgendwas ist Traumaturgen. Ich habe gehört, dass hoch in den Mauten, wo der Schnee nie meldet, die Gäste leben. Manchmal kommen sie in dieser Wurzeln runter, um in dieser Wurzeln zu spüren. Okay. Das ist nützliche Information. Oh, warte, kann ich Katharina nochmal updaten? Ja, 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 ja. Glück. Bestimmt den Erfolg deiner Gefährtin. Ich glaube, das setze ich jetzt auch mal hoch, damit ich... Äh... Bei allen auf 14, beziehungsweise hier mal da rauf. Okay. Und ich war hier unten auf dem Weg. Ich navigiere gerade wieder mal nur anhand meiner Karte rechts oben. Mach ich jedes Mal so. Das habe ich schon in Sacred 2, habe ich das schon so gemacht. Oh Gott, Sacred 2, das ist so 100 Jahre her. Sacred 1 ist noch viel länger. Aber auch beide Spiele geliebt und gesuchtet. Bis zum Umfallen. Sacred 2 leider sehr verbuggt. Ich habe ihn wie er die. Ich habe ein Problem mit dem? Nein. Ich bin... Ich bin... Ich habe nie gesehen, dass ich meine eigene Todes. Ich bin nicht gesehen, wie das experimenten enden. Das ist kalt. Ich treffe auch nur falsche Entscheidungen in diesem Game. Also schön. Katharina macht das schöne. Wir haben ein Abenteuer abgeschlossen, ähm, oh, oh, der ist lila, der eine. Lalalala. Noch eine quecksilbrige Essenz, das ist schön, das freut mich, ich weiß immer noch nicht, wie ich die benutzen kann. Ja, ich weiß, ich weiß, da oben geht's weiter. Aber ich möchte gerne hier erstmal das ganze Umland erkunden. Bye, bye. Okay, hier geht es jetzt durch. Da ist eine Truhe, Sekunde. Die muss ich haben. Ich bin der Lootenmeister, ich horte auch alles hier, was ich kriegen kann. Vor allem Geld. Das ist so, ich muss sagen, ich hatte bislang in keinem Spiel Geldprobleme, aber hier ist das glaube ich besser und besser balanced. Ach du Scheine seid ihr viele. Wer sagt denn das? Wer sagt denn das? Dieses, dieses... Jetzt haben wir hier meinen, meinen, meinen... Ups. Oh, ein grüßendes Puzzle. Lass mich sehen. Der Wagen wurde durch die Soldaten getötet. Und die Wehrwölfe. Nein, die Distribution der Paupläne ist alles falsch. Sie haben einfach in und ausgerufen. Hast du einfach gesagt, Distribution? Und dieser Weg hier? Es ist deeper. Der Wagen hatte jemanden. Ich bin überzeugt. Wie du solltest. Right. Let's go find us a werewolf lair. Erstmal alles in die Luft jagen und die Leichen aus... nehmen. Huch. Gib mir das. Ich auch ausnimmt... Ach, euch nicht? Okay. Pferd... Die kann ich auch nicht... Ah, die da hinten kann ich noch, äh... ihre Habseligkeiten entledigen. Ich weiß auch nicht, wie Werwölfe es immer schaffen, mit Zeug bei sich zu haben. Ich mein, die haben ja jetzt nicht gerade Taschen oder so. Vielleicht irgendwelche Einkerbungen in einem Fell, wo sie Sachen drin verstecken können? Ich weiß es nicht. Wäre jedenfalls interessant zu erfragen, wo ich denen immer die ganzen Items rausklaue. Hoffentlich nicht aus... äh... aus dem Darm. Das fände ich etwas merkwürdig. Und ich glaube, das würde ich auch nicht machen. Ups. 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 Irgendwer hat mich getevert. Es macht mir aber scheinbar keinen Schaden... Ups. Ups. Jetzt macht mich scheinbar doch Schaden! Lalalala. Oh, oh. Du, du bist das, der mir Schaden macht. Hast du hübsche Gegenstände fallen lassen? Ich sammle das immer so automatisch auf mit meinem Lootfinger hier. Ist die denn besser als meine... Jo. Austauschen. Ich wusste, es lohnt sich nicht, die aufzuwerten. Hätten die ja verzaubern können, so testweise, aber das wäre mir einfach zu teuer. Oh, der Helm ist besser. Jetzt habe ich wieder den hübschen grün leuchtenden Helm auf. Wie so ein Power Ranger hier. Der giftgrüne Power Ranger. Ihr seid lila. Ich habe echt noch keine Relation dazu, welche Farbe was hier für einen Ausschlag hat. Oh, ist mir Katharina gerade schon wieder abgenippelt. Jo. Wir warten mal ganz kurz, bis sie wieder da ist. Haben die was Bruchbares fallen lassen? Nein. Zumindest nicht für mich. Was ist das denn? Wolfstatze. Oh, ist das ein Trophäe? Ja. Das habe ich gerade von einem Special Boss, glaube ich, bekommen. Kann das sein? Das ist ja nett. Schwere Stiefel. Brauche ich das, glaube ich, nicht unbedingt. Wunschbrunnen. Was ist das? Wunschbrunnen? Wunschbrunnen? Hm. Es funktioniert nicht. Erstens, du musst eine sehr alte Karte ins Wasser legen. Okay, eine sehr alte Karte. Ich habe keine. Ähm. Vielleicht kriege ich die ja irgendwoher noch irgendwann da einst. Was soll ich mir denn die ganzen Orte dieser Karte merken? Das wird ja furchtbar werden. So. Hier haben wir aufgehört. Hier geht's weiter. Die Harpien sind als erstes bitte dran. Ähm. Bevor ihr dann kommt. Bevor ihr dann kommt. Ihr gefällt euch denn das Game bislang so? Ich meine, ich nehme jetzt auch schon eine Weile auf. Glaub ich. Es dürften also so zwei, drei Folgen schon gewesen sein. Oh, das war ein Eistotem. Ähm. Ich meine, das ist plötzlich abrupt aussetzende Musik hier. Wo kommt ihr denn her? Hab ich euch vergessen vorhin? Ja. Ihr seid einfach übrig geblieben. Schade. Ähm. Jetzt nicht mehr. Ihr konntet mir nicht entkommen. Ja, wo war ich denn? Genau. Äh. Ihr dürft mir gerne mal schreiben, wie ihr das Game bislang so findet. Ob ihr selber so Spiele spielt. Ob euch das eher weniger interessiert. Ähm. Was ihr schon bereits so gespielt habt. Ob ihr selber Fun Helsing gespielt habt. Ihr könnt mir auch schreiben, ob ich mal eine andere Klasse ausprobieren soll. Ich mach das so ein bisschen auch von euch abhängig. Ich hab kein Problem damit nochmal von vorne anzufangen und die Klassen zu testen. Wir sind ja noch nicht wirklich weit im Game. Ich meine, alles was ich bislang mache ist rumlaufen und Monsterschnetzeln. Ich habe niemals die Scarecrow gefallen. Ich wünschte, dass ich eine Schlaufe über deine Kinderkrankungen machen könnte. Aber die Wälder sind mit dir zu agree. Sehe, wie sie die Scarecrow erhoffen. Okay. Erhoffen die Scarecrow. Gut, gut, gut. Äh. Okay. Ich hab die Scarecrow vor allen Dingen gar nicht gesehen. Wo sollen die sein? Gut, dann kommst du halt auch nochmal her. Kann ich bitte durch das Feld rennen? Nö, nö, nö. Ach da! Ich seh die Scarecrow jetzt erst, ja. Ist das Katharina, die diesen Eisschlag hat? Ich glaube ja, weil ich kann kein Eis verursachen. Ist das halt schon wieder ein Boss? Ne, ne, der sieht nur so aus. Ich muss nicht näher an dich ran, ja. Das sieht nicht wie eine ordentliche Gold-Koine. Schau das in minde, wenn du etwas... ...extraordinäres. Wir haben eine alte Münze. Wir können zum Wunschbrunnen zurück, wenn ich ihn jemals wiederfinden soll. Der ist ja auf der Karte. Ich bleib hier oben aber mal kurz stehen. Verfügbare Bruni 1. Gespenster. Es kommt ein Zeitpunkt, in dem mein Geist lange genug ungelebt hat, um den nächsten Schritt in ein anderweit weltliches Existenz zu erreichen. Fortan wird er Gespenst genannt. Basisschaden für Katharina. Basisalp für Katharina ist eigentlich gar nicht so schlecht, weil ich die Frau wirklich brauche im Moment. Erfahrung mit dem Feuerspannen und Werkzeug. Plus 10 auf Feuerschaden. Ich mein, ich mach überwiegend Feuerschaden, ne. Basiszorn, den ich nie benutze. Was war denn Berserker? Der Zorn ist im absoluten Siedepunkt. Plus 10% Schaden beim... Ich glaub ich nur bei dem Pyrotechniker. Okay, okay. Ich muss mein Ansehen praktisch hochkriegen. Das geht glaube ich nur indem ich ein Monster... Eliminiere. Ich glaub echt, dass das Katharina ist mit diesem... Äh, mit diesem Schlag hier. So, wo war denn nochmal dieser Wunschbrunnen? Der war da oben. Der ist jetzt hier und dann runter. Versuchen wir mal, die Münze da reinzuwerfen. Ich hab keine Ahnung was passieren wird. Wahrscheinlich werden wir ein Monster heraufbeschwören, wie immer. So, hier ist ein älteres Korn. Lass uns einen Wunsch machen. Natürlich. Ja, klar. Hab ich gut gemacht. Kann ich da auch vielleicht rausgehen? Jaaa. Mir geht's noch gut. Verflucht. Das ist Taumaturg. Das ist... Was? Therapeut? Was? Tra... 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 Ja... Ist der... Der ist besser als das, das ich trage. Nicht besser, nicht besser, nicht besser. Besser. So, besser als diese hier, soweit ich weiß. Jaaa... Nicht besser, nicht besser... Nein... Oh, die sind besser. Also... 6 LP... 5 Schutz... 4... Basis... 4 Gegenstand... Basis Gold Chance... Basis wirkliche Schaden... Die haben halt die bessere Verteidigung, ne? Wir nehmen halt mal die hier. Die sind deutlich besser als unsere ollen Gamaschen, die wir da anhaben. Das kann man irgendwie getrost vergessen. Das kann ich glaube ich Katharina in die Hand drücken. Echt? Äh... Kann ich? Ihhh... Klasse Jäger. Das... Ist ne Fankampfwerfer, das könnte sie benutzen. Ja. Jetzt hat sie die hier drin. Gut, ich geb wieder mal Katharina meinen ganzen Müll. Hab ich die jetzt versehen nicht ausgetauscht? Warte mal. Nee, nee, alles gut, alles gut. Ich hab noch die richtige ausgerüstet. Wie war das? Umschalt rechts liegt zur Übergabe an Katharina. Ja, machen wir das doch mal. Das läuft irgendwie ein bisschen besser. So, ich hoffe mal... Da, intelligente Inventarfüllung, find ich gut. Gute Frau wieder zugemüllt. Gute Frau wieder zugemüllt. Ich kann wieder meinen Restkrempel nehmen. Unter anderem auch Waffenöl. Was hab ich da denn schon wieder gefunden? Kräftige Essenz. Verkaufspreis. Aus... Zum Ausrüsten bei ihr. Noch mehr Zeit... Was? Wie mach ich denn das? Wie geht denn das? Ich glaub ich muss das mal nachlesen in einem Tutorial, wie das so wieder... Krempel da funktioniert. Auf jeden Fall kann ich jetzt hochgehen, ne? Es wird... Es wird... Also wir sind nicht mal ganz so zerbrechlich. Meine Willenskraft ist immer noch Müll? W Inneren. Untertitelung des ZDF, 2020